Der Sankt Moritz Airjet von Lazy Spa zählt zu den geräumigsten aufblasbaren Modellen in deren aktuellen Sortiment. Mit seinem eleganten Radhahn-Design beeindruckt der Sankt Moritz nicht nur optisch, sondern setzt auch ein bemerkenswertes Design-Statement unter den aufblasbaren Whirlpools. Sei es das 180 Airjet-Massagesystem, die maximale Anzahl bei allen Airjet-Modellen oder der außergewöhnlich großzügige Innenraum. Der Lazy Spa Sankt Moritz hebt sich als Spitzenklasse Whirlpool hervor und ist die ideale Wahl für diejenigen, die ihre Wohnräume aufwerten möchten. Dieser großformatige Whirlpool eignet sich hervorragend für Familien mit vielen Kindern oder Paare, die großen Raumbedarf schätzen, um sich zurückzulehnen. Er erfüllt die Anforderungen von allen, die bei aufblasbaren Whirlpools Wert auf Geräumigkeit und zahlreiche Düsen legen. Mit einer Höhe von 71 Zentimetern und einer Breite von 216 Zentimetern bietet der Sankt Moritz Whirlpool beeindruckende Maße. Er schafft ausreichend Platz für bis zu sieben durchschnittlich große Erwachsene. Unsere Empfehlung lautet jedoch, den Lazy Spa Sankt Moritz nicht voll auszulasten, um genügend Raum zum Ausstrecken und Genießen des hervorragenden Düsensystems zu haben. Wenn du nach einem Whirlpool für die ganze Familie suchst oder planst, Gäste zum Baden einzuladen, ist der Sankt Moritz zweifellos eine der besten Entscheidungen, die du treffen kannst. Bei der Wahl eines aufblasbaren Whirlpools ist es selbstverständlich wichtig, dass er im Garten nicht nur funktionell ist, sondern auch optisch ansprechend wirkt. Andere Modelle mögen mit langweiligen Farben und Designs wenig überzeugen, doch der Lazy Spa Sankt Moritz wird dank seines modernen Rattanmusters zu einem beeindruckenden Blickfang im Garten. Das luxuriöse, erdige Braun des Duraplus-Materials ist nicht nur äußerst stilvoll, sondern auch extrem widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer. Der Sankt Moritz Airjet bietet in seinem großzügigen 216 cm breiten Innenraum bequem Platz für bis zu sieben durchschnittlich große Erwachsene. Dank des dreilagigen Duraplus-Materials, der Y-Beam-Konstruktion sowie des Airjet-Massagesystems mit 180 Düsen ist ein Aufenthalt in diesem Whirlpool teils über mehrere Stunden hinweg unglaublich komfortabel. Die Innenwände haben mit 71 cm die perfekte Höhe für ausreichend Platz und der gepolsterte Boden sorgt für Komfort nach einem langen Tag. Wenn du vorhast, mehr als drei bis vier Stunden im Whirlpool zu verbringen, empfehlen wir, einige separate aufblasbare Sitzkissen im Wert von 10 bis 20 Euro zu erwerben. Das Sankt Moritz-Modell von Lazy Spa zeichnet sich durch sein größtes Airjet-Düsensystem mit 180 Düsen aus, wodurch es zum optimalen Whirlpool für diejenigen wird, für die die Massagekraft des Whirlpools von höchster Bedeutung ist. Die Düsen, die um den gesamten Umfang des Whirlpool-Bodens angeordnet sind, ermöglichen es, von jeder Position in diesem großzügigen Whirlpool für sieben Personen entspannende Luftblasen zu genießen. Die Steuerung der Düsen erfolgt mühelos über das Digital-Display an der Seite des Whirlpools, wobei der Dualbetrieb das Massagesystem gleichzeitig mit dem Schnellheizsystem und dem Wasserfilter betreibt. Die anfängliche Aufheizzeit liegt üblicherweise zwischen 6 und 12 Stunden. Durch das Vorfüllen mit einigen Eimern warmen Wassers und das Platzieren in direktem Sonnenlicht während der Installation erhöht sich jedoch die Aufheizgeschwindigkeit des Whirlpools. Das Schnellheizsystem gewährleistet eine rasche Erreichung der gewünschten Temperatur und obwohl es empfehlenswert ist, den Energiespartimer zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die Energiekosten bei regelmäßiger Nutzung des St. Moritz nicht in die Höhe schnellen, kann der Whirlpool das ganze Jahr über problemlos genutzt werden. Wie bei allen Lazy Spa-Modellen nutzt der St. Moritz Airjet in den kalten Monaten seine Frostwächter-Technologie und das Schnellheizsystem. Besonders der Frostschutz ist entscheidend für eine ganzjährige Nutzung, da er die Wassertemperatur ständig überwacht und automatisch Wärme zuführt, wenn die Umgebungstemperatur unter 6 Grad fällt. Dadurch bleiben die Rohre und die Pumpe vor Schäden durch über Nacht gefrierendes Wasser geschützt und das Schnellheizsystem erreicht die gewünschte Temperatur deutlich schneller. Zusammengefasst bedeutet dies, dass der St. Moritz Whirlpool das ganze Jahr über ohne Probleme genutzt werden kann. Als führende Marke in der Branche legt Lazy Spa bei allen Whirlpools großen Wert auf Sicherheit. Standardmerkmale wie ein aufblasbarer Deckel und Sicherheitsverriegelungsklips an der Abdeckung verhindern das Eindringen von Schmutz und Schützenkinder sowie Haustiere vor dem Hineinfallen. Der St. Moritz verfügt außerdem über ein Erdungserkennungssystem und einen FI-Fehlerstromschutzschalter, die die Stromzufuhr zum Whirlpool automatisch unterbrechen, wenn ein Fehler im Stromkreis des Whirlpools entdeckt wird. Dieser luxuriöse Whirlpool ist die ideale Ergänzung für jeden Garten, unabhängig von seiner Größe. Mit dem schnellen Hochleistungsheizsystem und der Airjet-Massage können Nutzer in 40 Grad warmem Wasser entspannen, während 180 Düsen den Körper verwöhnen. Unsere Auffassung ist, dass der Lazy Spa St. Moritz mit einem Fassungsvermögen von 1190 Litern ein herausragender Whirlpool für große Familien und regelmäßige Gastgeber ist. Dieser Whirlpool zeichnet sich nicht nur durch seine Geräumigkeit aus, sondern auch durch seine Luftblasen, präzise Temperaturregelung und stilvolles Design. Die Frostwächter-Technologie, die DuraPlus-Konstruktion mit UV-Schutz und das Schnellheitssystem ermöglichen eine problemlose ganzjährige Nutzung des St. Moritz. Der Lazy Spa St. Moritz ist zwar etwas kostspieliger, doch bei der Suche nach einem langlebigen, geräumigen und vielseitigen Whirlpool handelt es sich zweifellos um eine der besten Optionen auf dem Markt. Bei Amazon erreicht der Lazy Spa St. Moritz Whirlpool eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 150 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 583 Euro. Das war's mit unserem Video über den Lazy Spa St. Moritz Whirlpool. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Lazy Spa St. Moritz Whirlpool zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Lazy Spa St. Moritz Whirlpool haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.